Hallo. Marsha, Karl, kommt, ich zeige euch, was hier am interessantesten ist. Hm? Ich kann nicht schnell laufen. Kann ich mir ein Auto aussuchen? Das ist ja eine ganze Garage. Selbst ein Motorrad mit Motorrad gespannt ist hier. Ich rate dir den LKW. Oho, was für große Räder. Hoppla. Oho, bequem. Kommt her, das ist ein Spielzeugautomat. Juhu. Also, was haben wir hier? Cool. Davon habe ich geträumt. Wir haben so viel gefangen. Das sind Formen. Wow. Kann ich diese Formen haben? Ich bereite euch eine Überraschung vor. Wartet auf mich. Wir warten zu Hause auf dich. Mach's gut. Gunmeln. Kaaal. Kaaal. Kann ich denn noch mal tun? Ich komme. Klopf, klopf. Leo, Lea. Ist Schoki zu Hause? Ist Schoki zu Hause? Schaut mal. Was ich habe. und wir haben wir müssen nur noch geschmolzene schokolade finden und dann machen wir süßigkeiten ich höre ich höre das werden äpfel am spieß sein in bunter schokolade ja schoki hat schon alles verstanden lass uns gemeinsam kochen und ich schneide so lange die äpfel funkel funkel kleiner stern leo wir schlafen gleich alle ein und wir müssen leckere äpfel zubereiten wie hübsch wow hoppla fertig und ich kippe noch streusel drüber ja wuff wollt ihr noch rosa äpfel natürlich wollen wir bianca wird sicher zuerst die rosa äpfel probieren wollen und ich kippe noch nicht wuff das ist eine rosa äpfel probieren wuff 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 Das ist Milchschokolade, die beste Schokolade. Meine Lieblingsschokolade. Uff, sieht aus wie ich. Dieser Apfel wird mit Blättern sein. Bunte Blätter für einen Schokoapfel. Die Blätter-Fan. Wauw! Wauw! Ratet mal, wie wir die Sterne in den Äpfel gemacht haben. Ihr habt sie erstmal ausgeschnitten und dann mit Glasur übergossen und Streusel gemacht. Wir haben die Sterne mit den Formen gemacht, die wir aus dem Spielautomaten hatten. Wollt ihr unsere gesunden Süßigkeiten probieren? Ja! Wow! Gut, dass wir schon zu Mittag gegessen haben. Ist richtig lecker. Karl, alt, hättest du eine Brille. Schau mal. Du kannst auch solche Äpfel zubereiten. Und was werden wir beim nächsten Mal kochen? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir sehen uns in unseren nächsten Videos. Tschüss!